Das Meditieren verwandelt meine Umgebung in etwas Universelles. Hier regieren Frieden und Freiheit. Gleichzeitig kann die Praxis aber auch ein brennender Schmerz sein, der die Selbsterkenntnis und den aufrichtigen Umgang mit persönlicher Unvollkommenheit begleitet. Diese Zeilen stammen von einem Buddhisten, der seit vielen Jahren praktiziert. Und seit ebenso vielen Jahren im Gefängnis sitzt. Calvin Malone, Sohn einer Deutschen und eines schwarzen US-Soldaten, kam als siebenjähriger Junge in die Vereinigten Staaten. Litt unter der Ausgrenzung als gemischtrassiges Kind und lernte sich durchzuschlagen. Machte seinen College-Abschluss und ging zur Armee. Landete bei Heroin und Alkohol. Und schließlich, wegen schwerer Körperverletzung, im Gefängnis. Dort stieß er auf ein Buch mit dem Titel Mindfulness in plain English, Achtsamkeit in einfachem Englisch, und begann zu meditieren. Mit dem Ablauf jeden Jahres konnte ich tiefgreifende Veränderungen meiner Sichtweise feststellen. Trotz der Umgebung, oder vielleicht auch wegen ihr, wurde ich zu einer mitfühlenderen und verständnisvolleren Person. Um buddhistische Lehrbücher zu bekommen, schrieb Malone Bettelbriefe an diverse Dharma-Zentren, die ihm haufenweise Literatur, Buddha-Statuen und Räucherstäbchen schickten. Einige Lehrer nahmen auch direkt Kontakt zu ihm auf. Sensei Sonjana Gref, die Leiterin des Vermont Zen-Zentrums, korrespondiert seit fast 20 Jahren mit ihm und hält Vorträge für die buddhistische Gefängnisgemeinschaft, die Malone und andere Gefangene gründeten. Und sie unterstützte Calvin Malone bei der Herausgabe seines Buches Freigang. Im Gefängnis gibt es zahllose Lehrer und endlose Gelegenheiten zum Üben. Schreibt er darin und meint, Gefangene, die Tricksen oder Gewalt ausüben, Wärter, die Häftlinge schikanieren, Situationen, die unerträglich scheinen. Die Übung besteht darin, allem und jedem mit Offenheit, Geduld und Mitgefühl zu begegnen. Also schenkt er einem Mitglied der White Aryans, einer Gruppe von Neonazis, zwei Päckchen Tütensuppe und bringt damit dessen Rassismus ins Wanken. Oder nimmt einem psychisch Kranken in seiner Zelle auf, trägt zu seiner Genesung bei und gewinnt so einen Dharma-Gefährten. Musik Einige der Geschichten, die Calvin Malone in seinem Buch erzählt, klangen selbst für seine Lehrerin Sonjana Gräf zu schön, um wahr zu sein. Sie überprüfte seine Angaben und gelangte zu dem Schluss, unglaublich, aber offensichtlich wahr. Musik Mittlerweile haben sich in vielen amerikanischen Gefängnissen Sanghas, buddhistische Gemeinschaften, gebildet. 2011 befragte das Pew Research Center Gefängnisseelsorger zum Thema Religion in Haftanstalten. Nach deren Schätzung sind die meisten Gefangenen Christen. Dazu kommen 9 bis 5 Prozent Muslime und eine geringere Anzahl von Gläubigen indigener und afrikanischer Religionen und eben auch Buddhisten. Religiöser Beistand und religiöse Veranstaltungen im Gefängnis sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Rehabilitierung der Insassen. Desgleichen trägt eine religiöse Begleitung und Unterstützung nach der Haftentlassung wesentlich zu ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft bei. Auch das ergab diese erste und bislang einzige Umfrage zum Thema. In Deutschland ist, jenseits der Mauern, Religion im Gefängnis überhaupt kein Thema. Drinnen kümmern sich Gefängnisseelsorger um christliche Häftlinge. Von Dharma-Lehrern, die buddhistische Gefangene unterstützen, ist nichts bekannt. Und selbst die Muslime erhalten keinen religiösen Beistand. Der Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg hat immerhin einen Ausschuss zum Thema Gefängnisseelsorge eingerichtet. Doch eine Antwort auf die Frage, ob Gefangene in Deutschland sich religiöse Unterstützung wünschen und wenn ja, in welcher Form steht noch aus.